Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sonic Generations. Es freut mich, dass ihr wieder da seid und wir starten heute mit dem wunderbaren Rooftop Run Level als normaler Sonic. Und Alter, wir haben schon instant die erste, holy shit, die erste rote Münze. Und können wir mal bitte drüber reden, wie krass der Soundtrack ist. Können wir das bitte einmal festhalten und wie schön diese Welt inszeniert ist und einfach alles. Also das ist einfach ein wahnsinnig schönes Level. Es ist einfach unglaublich schön. Anders kann man das nicht festhalten. Das ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsstage ist, aber sie spielt auf jeden Fall sehr weit oben mit. Das muss man festhalten, also diese Mischung aus diesen klassischen Elementen, der Musik, dem Wipe, diesen Festlichkeiten. Okay, da konnte ich jetzt viel tun. Diesen ganzen Festlichkeiten, aber dann noch irgendwie diese ganzen militärischen Aspekte. Weil ja, glaube ich, Eggman hier so ein bisschen auch so seine Armeen irgendwie geparkt hat. Und dann diese mittelalterlichen Folterinstrumente, die Weinfässer. Das ist einfach alles sehr, sehr schön inszeniert, ne? Ja, das ist, äh, gefällt mir sehr gut. So, jetzt tricksen wir hier einfach mal ganz entspannt rum. Ich bleib einfach mal oben, ne? Das kann nicht schaden. Zack, hier hoch. Da ist ein Ciao. Da ist ein buntes Gartenschau. Moment. Hier, ne? Bro, der hat einfach eine Papiertüte an. Wie cool ist das denn? Ey, ohne Witz. Ich glaube, dieses, ich glaube, dieses Game zu 100% macht unglaublich Spaß. Also, ich glaube, an alle, an alle 100% Grinder. Ich glaube, dieses Sonic ist das Beste, mit welchem ihr, aua, mit welchem ihr starten könnt. Gerade, wenn ihr sagt, ey, ich hab Bock, hier 100% zu machen. Weil ich finde, es ist auch nicht zu schwer. Und es geht halt wirklich mehr ums Sammeln, als ums wirklich krasse, äh, Grinden von Bestzeiten oder sowas. Ich glaube, wer will, kann hier sehr, sehr geil, äh, Grinden auf, auf Level. Äh, also auch auf Bestzeit, ne? So, hier, geil, diese Uhr nach oben auf den Kirchturm. Holy Moly! Boah, ist das krass inszeniert! Ich liebe alles daran! Holy Shit! Äh, was ist jetzt passiert? Hätte ich da was drücken müssen? Hä, nee, warte, warte, ich check's nicht. Okay. Das hab ich jetzt nicht ganz kapiert, was ich da tun musste. Der hat das irgendwie alles automatisch gemacht. Aua! Ja, die seh ich immer nicht ganz, diese, diese Folterinstrumente, die da immer rausgestallert kommen. Über diese Ballons kann man sich auch sehr, sehr geil böllern. Will ich hier irgendwas machen? Ich hab keine Ahnung. Das sieht irgendwie so sass aus. Boah, das sieht aber alles so schön aus. Es ist so ein schönes Level. Ich glaub, da oben wär ne Münze gewesen, wenn ich, glaub ich, auf diesen Stachelding draufgegangen wär. Ich dachte, ich hätte da im Augenwinkel was, was Rotes gesehen, aber, aber who knows? So, und let's go, guys. Yeah! Durch da, ah, jetzt muss ich hier wieder, äh, driften. Shit, shit, shit. So, da muss ich ein bisschen aufpassen. Dann muss ich jetzt wieder hier mit L und R arbeiten. Ja. Oh, zweck mit euch! Geh beiseite! Äh, der Boss kommt! Sehr geil. Oh, ist das cool gemacht. Oh, boah, also nein, ich, 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 also, ich glaub, vom 3D-Level her, Real Talk, ich glaube, vom, vom normalen Sonic her ist das mein Lieblingslevel. Also, die Kulissen, der Abwechslung, die Abwechslung, es ist, es ist so schön. Es ist wahrlich ein so schönes Level. Da war, glaub ich, grad ne rote Münze, hab ich grad gesehen. So, der schießt hier so. Ich versuch so ein bisschen zu erkennen, was die machen. Irgendwie, die machen sich auch gegenseitig kaputt, ne? So, ich hier rüber. Also, ich mach grad gar nicht so viel. Hier passiert grad irgendwie ziemlich alles automatisch, hab ich das Gefühl. Äh, und das war's schon. Okay. Sehr lang gezogen, das ist ein komisches Ende. Aber, ein S-Rang für uns, Freunde. Ein wunderschöner S-Rang in einem noch wunderschöneren Level. Da oben sitzt jetzt dieser Chaum mit dieser Papiertüte. Der isst irgendwie, der isst so ein, so ein gelbes, so ein Obst oder irgendwie sowas. Und wir haben ihn wieder. Let's go. Danke, Sonic. Danke, Sonic. Ich hab mich das Gefühl, jemand kontrolliert dieses Monster. Du hast recht. Bro. Wie billig willst du einen Plot oder wie billig willst du eine Story schreiben? Irgendein Charakter sagt, ich hab das Gefühl, das ist so. Und dann Sonic so, okay. Das, das hat, das war so billig inszeniert, wow. Okay. Also, Freunde, jetzt haben wir grad den Story-Hinweis bekommen, dass jemand das Monster kontrolliert. Warum, wissen wir nicht, aber Sonic hat einfach zugestimmt. Na? Jetzt wissen wir Bescheid. So. Äh, ja gut. Dann, äh, würde ich sagen, rein in die Masse. Wir starten wieder als Classic Sonic. Das ist ja quasi immer das Highlight-Level. Also, ich bin halt einfach normaler Sonic-Spieler. Als zweites haben wir... Jo. Okay. Das gibt mir so ein bisschen Avatar-Aufbruch nach Pandora-Vibes. Na, versteht ihr, was ich meine? Da hinten ist sogar ein Extraplanet. Das könnte sogar wirklich damit zu tun haben. Gut, wobei ich glaub, der Film war da noch gar nicht draußen, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem, sehr, sehr geil. Sehr, sehr idyllisch hier alles. Gefällt mir. So. Ja, aber dann gucken wir jetzt erstmal. Jetzt ist erstmal unsere Mission hier wieder überhaupt gut durchzukommen. Was? No way. Jetzt kommen diese Kack-Fähigkeiten wieder zurück. Aus Colors. Ich fand die da nur begrenzt geil, muss ich zugeben. So, die waren... Die waren okay, aber jetzt echt nichts, wo ich sage, ich brauch die wieder. Okay, und jetzt... Oh, what? Alles klar. Ja, nett. Nein, ich muss die nehmen, ne? So. Ja, gut. Dann, äh, schauen wir mal. Also, ich weiß nicht. Ich kenn die nur aus Colors, aber bestimmt gab's die auch schon davor, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ihr werdet mich mit Sicherheit in den Kommentaren wieder darüber aufklären. Aber ich weiß nicht. Also, ich brauch die jetzt nicht unbedingt, bin ich ehrlich. Das ist jetzt... Das war jetzt irgendwie ein Feature, bei dem ich jetzt nicht dachte, das ist so cool. Äh, ich brauch das bitte wieder. So, nur so kann ich Sonic genießen, wenn ich diese komischen, bunten Sonderfähigkeiten hier habe. So, na dann, äh, Feuer frei. Und wir würden sich vielleicht da hinhängen. Genau, und dann können wir das quasi so bewegen. Okay. Interessant. Zack, ich mein, ich bin halt auch ein bisschen unverwundbar dadurch. Das ist ganz angenehm. So, überall diese Schlangen, Kollegen. Ich glaub, wichtig ist, dass wir einfach die ganze Zeit hüpfen. Bin ich tot? Ne, aber da oben war wieder was, ne? Also, wir haben jetzt auf jeden Fall an der Stelle... Ist das jetzt passiert? Äh. Ah, da brauch ich das Ding drücken. Naja. Moment. Zack. Verwandlung. Komm ich da hoch? Ja. Okay. Ja, ich hab jetzt da oben viel verpasst. Also, ich hab immer das Gefühl, wenn man in den Sonic-Level runterfällt, dann ist man so wirklich so in Rock Bottom. Ne? So, so, so Spongebob-Style. So, das ist, äh... Du lebst da zwar noch, aber eigentlich willst du da nicht sein, weil du weißt, dass alles coole und relevante oben im Level ist. Das ist einfach so für die Trottel, die runterfallen. Ne? Die dürfen dann... Die chillen dann hier. Och, Mann. Oh, es nervt mich so, dass ich als Classic Sonic, wenn ich einen Gegner sehe, dass ich keine Chance hab, was zu tun, wenn ich in der Luft bin, ne? Ich bräuchte nicht mal diesen Anvisiersprung, aber irgendeine Möglichkeit, dass ich zumindest den Angriff in der Luft irgendwie triggern kann. Weil ich hab das Monster gesehen, ich war über dem und Sonic hätte sich einfach nur irgendwie drehen müssen oder so und es wäre alles okay gewesen. Ne? Aber du bist einfach... Wenn du in der Luft bist und nicht deinen Angriff getriggert hast, dann bist du einfach hilflos ausgeliefert. Und das ist was, was ich bei Classic Sonic nicht so mag. Na, das mag ich beim normalen Sonic, dass du in der Luft bist und dann siehst du einen Gegner und du hast eine Möglichkeit, auf ihn zu reagieren und ihm Schaden zu machen. So, und das ist... Der Classic Sonic, dem fehlt das irgendwie in seinem Moveset, hab ich das Gefühl. So, wir düsen einfach mal hier durch. So, und es geht weiter. Ah, auch als dieses pinke Vieh kann ich das aufladen. Aha. So, wir rollen hier mal hoch. Ich hab nämlich immer das Gefühl, dass das hier wichtig ist. So, einfach hier durch. So, dann gehen wir hier auch mal nach oben. Ich schieße auch gerade in alle Richtungen hier irgendwas durch. Das ist ja... Das ist ja insane hier. Das ist ja wirklich... Absolut insane. Okay. So. Weg mit dir. Da muss ich wahrscheinlich hier den Knopf aktivieren. Genau. Und dann geht es hier für mich nach oben weiter. Warum hab ich nur... Oh, okay, danke. Warum hab ich nur das Gefühl, dass ich jetzt gleich von diesen Segen hier irgendwie verfolgt werde. Das sieht alles, alles irgendwie... Alles sass aus. So, hier ist ein Knopf. Mit dem kann ich mich hier... Das hier irgendwie alles aktivieren. Aha, aha, aha. Ich trau mich nicht mehr, mich zu boosten, weil ich sonst nur wieder in irgendeine Kettensäge krache. Oh, nee, Abbruch, Abbruch. Hier müssen wir hoch, ne? Tchuuu! So, Knopf aktiviert. Weg mit der Schlange und wir nehmen uns wieder so ein komisches Stachelfiee und rollen weiter. Okay. Schauen wir mal. So, das Gute ist, man ist halt echt krass unverwundbar. Ich mein, es ist gerade irgendeine nukleare Rakete in uns reingekracht, ne? So. Oh, nee! Jetzt hat meine Fähigkeit aufgehört. Sauerei. Wenn ich hier hochgehe, die davon habe ich gar nichts, ne? Ich bräuchte jetzt nochmal das Stachelfiee, um da die Wand hochzulösen. Da könnte wahrscheinlich ein Secret sein, aber... Boah, jetzt kommt da einfach eine Rakete aus der Wand. Glory Hole Style. Okay, aber... Naja, wir schauen mal. Stacheln. Oh, wow! Okay, cool. Wir haben jetzt gerade die Wand hier geöffnet, dass der Gegner hier kassiert. Das ist funny. Sorry, Bro. Das waren deine eigenen Kollegen, die dich hier gerade erledigt haben. So, und jetzt schnell in Stachelfiee, weil mit dem bin ich unverwundbar. Was? Bin ich nicht? Okay, ich bin nicht unverwundbar. Obviously. So. Habe ich immerhin die letzte rote Münze noch mitgenommen. Wo muss ich jetzt lang? Ich hoffe, ich bin hier richtig. So, ich habe hier wieder was eingesammelt. Okay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Na, ich habe noch drei Ringe. Aua. Bro, du hast ja von überall geschossen. Jetzt habe ich halt nichts mehr, ne? Das ist halt jetzt sehr schwer, hier irgendwas zu entkommen, was hier abgeht. Jetzt habe ich da unten irgendwas geschoben. Okay, aber jetzt hört das gleich meine Fähigkeit auf. Die wird es, glaube ich, nicht mehr lange halten, ja. Ringe wären schön, to be honest. Ich sage es, wie es ist. Ringe wären richtig schön. Ah, sehr geil, sehr geil. Okay. Freunde, wir haben wieder Ringe. Wichtig und richtig. What? Hä? Der hat sich nicht festgehalten. Bruder. Warum machst du diesen, Digga? Warum machst du diesen? So, ich brauche einen Ring. Ich brauche immer Ringe. So, Fähigkeit frisch aufgeladen. Gut so. Bro, du kannst dem teilweise nicht wirklich entkommen. Du bist so slow. Ähm, okay. Jetzt ist gleich die Fähigkeit wieder vorbei. Ja. Ey, also irgendwie, ich weiß nicht. Immer wenn Sonic irgendwelche neuen Features und Gimmicks einbaut, dann, 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 irgendwie werde ich nicht warm damit. Das ist, das ist wie mit diesen ganzen Begleitern in diesen, in diesen Bonus-Leveln, die wir freischalten, so, ne? Oh mein Gott. Ich merke, Bro, ich check jetzt erst, dass ich aufladen kann. Bruh. 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 Okay. Ja. Und soeben, Freunde, ist das Level tausendmal geiler geworden. Mir hat einfach eine fucking Fähigkeit gefehlt, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Ich kann auf diesen Dingern aufladen. Ich dachte, das wäre die Maximalgeschwindigkeit. Ich dachte, das wäre die Maximalgeschwindigkeit. Bro, bro. Und ich rante das Level und sage, Bro, es spielt sich so wack. Dabei kann ich hierauf aufladen. Oh, bruh. Ich fühle mich gerade so dumm. Aber so ganz wissen, wo es lang geht, fühle ich noch nicht. Das sage ich euch ganz offen und ehrlich. So, jetzt fliegen wir mal hier lang. Dann nehmen wir dich mal mit. Ja, ich fühle mich dumm. Ist okay, ist okay. Ich fühle mich dumm. Und ihr dürft mich, ihr dürft mich dafür auch dissen. Aber, ja, trotzdem ist die Steuerung mir. Also, ja, mit diesem Aufladen geht es auf jeden Fall deutlich besser. Ohne Frage. Mein Favorite Feature bleibt es trotzdem nicht, okay? Einigen wir uns darauf. Aber, ja, das macht es auf jeden Fall deutlich erträglicher und deutlich sinnvoller. Aber trotzdem, das ist so, du klebst dann überall dran. Und dass das ganze Level auf dieser Mechanik aufbaut... Nee, okay, also selbst mit Aufladen. Also, selbst mit Aufladen fühle ich es nicht besonders. Aber, aber, aber die Kritik, dass man langsam ist, die muss ich zurücknehmen. Die muss ich zurücknehmen. Okay, holy shit, wo geht es hier lang? Äh, ja, ich akzeptiere das einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich akzeptiere das einfach mal. Hui! Und auch vom Setting fand ich es jetzt leider sehr schade. Also, äh, wunderschönes Natursetting. Und dann schimmelst du das ganze Level irgendwie nur in dieser Fabrik. Nee, nee, das Level war es jetzt nicht. Das Level war es jetzt einfach nicht. Da, da war ich jetzt... Ach, das ist sogar Planet Wisp. Ist das hier sogar ein Kalos angelehnt? Sind wir jetzt schon im Kalos-Universum? Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt beim normalen Sonic nicht so ist. Aber ich schätze schon, oder? Ich schätze schon. Wie gesagt, du baust dir so einen schönen Planeten auf und dann vergammelst du die ganze Zeit mit so einem lila Wisp in der Fabrik. Das ist so, ach, so schade. Okay, dann ohne. Und weiter geht's. Oh, hier wird's ja teilweise richtig so open-würdig, ne? Das ist schon crazy. So, hier durch. Das ist auch schon ein ganz anderer Weg. Ich hab schon das Gefühl, zwei andere Wege gesehen, die ich auch gehen könnte. Aber jetzt gehen wir einfach mal den. Du hast eh... Also, wenn du alles sehen willst, musst du die Level E mindestens fünfmal spielen. So, und dann düsen wir jetzt einmal hier rüber. Sehr gut. Hey, das war sogar die erste. Sehr schön. Sehr schön. Nix verpasst. Nix verpasst bisher. So, dann. Jetzt hier immer richtig rumdüsen. Ja, naja, sobald wir hier Auto unterwegs sind, ist der Planet richtig schön. Und da mag ich die Welt auch. Und, oh, mit diesem... Oh, mit diesem lila Wasser. Das hat so Tropical Freeze-Wipes, ne? Hier der Marmeladen-Dschungel. Das ist insane, Mann. Das ist insane. Das hat übelste Tropical Freeze-Wipes. Welt 5, ey. Mit diesem, ja, blau-grauen Gestein und dann diesem lila Gift. Oh, ja. Also, bisher gefällt mir das Level richtig gut. Ich hoffe, dass wir hier nicht zu viel Zeit in so einer Fabrik verbringen. Das wäre nicht so geil. Aber mal sehen, ne? Mal sehen, wie sich das hier alles entwickelt. So. Och, ja. Was ist denn da, wenn ich noch so? Mal weg mit dir. Und die Musik mag ich hier auch lieber. Da vorne ist wieder so ein Kollege. So ein Ciao. Er war auch der Erste. Also, ich habe das Gefühl, dass das Level richtig lang ist. Also, zumindest diese ersten Collectibles, die lassen hier richtig lange auf sich warten. Da habe ich das Gefühl, dass wir das richtig aufwendig haben. Okay, Freunde. Auch, auch, auch hier nutzt... Was? Hä? Ah, ich muss loslassen. Okay. Auch hier werden wir mit Whisper spielen. Aber ich sage mal, wenn es nur... Wenn du einfach irgendwo so hochhüpfst, du kriegst einfach instant so Raketen ins Maul. Ohne, dass du die irgendwie wirklich sehen konntest. Ja, aber auch hier geht es jetzt in die Fabrik, ne? Nee, feiere ich nicht so. Also, ich meine, ja, es mag vielleicht lore-technisch alles hin ergeben, etc., etc. Hä, warte mal, wie geht es hier für mich weiter? Mag schon irgendwie alles sinnvoll sein. Ah, da ist eine Wandsprungpassage. Ja, ach gut. Aber die Entscheidung, hier quasi einfach eine riesen Raketenfabrik reinzubauen, finde ich irgendwie designtechnisch nicht so gut. Trifft nicht meinen Geschmack. Trifft nicht meinen Geschmack. Da hätte ich lieber komplett auf dem Planeten gechitzt. So, okay. So, hoch da. Okay. Okay. Alles klar. Weil, wie gesagt, man fängt so schön auf diesem Planeten an und man ist so, alter, sieht das schön hier aus. Und dann bleibst du da halt nicht. Das ist das, was ich so schade finde. Jawoll! Das war's? Das war der zweite? Digga! Das ist ja insane. Wie lang geht denn dieses Level? Weil das ist auch irgendwie ein bisschen schade, weil, wie lang geht dieses Level, Mann? So, da unten war ein Chao. Den habe ich gesehen. Der lag jetzt irgendwie auch auf dem Weg. Also, bisher, äh... Bisher, äh, die Chaos alle auf jeden Fall gut für mich auffindbar. Aua. So, solange ich einen Ring habe, ist alles gut. So, und dann müssen wir jetzt hier wahrscheinlich einfach nach oben boosten, ne? Ja. Okay, ich habe das Gefühl, ich hätte da in diese... Ich habe das Gefühl, ich hätte da in die Ding reingemusst. In diese Kanone, mit der man sich da schießen kann. Okay. Hier über die Kettensägen drüber. Mach, Bruder! Da! Ich wollte eben einen präzisen Jump setzen, ne? Hat nicht so funktioniert. Okay. Zack. Okay. Wir boosten uns weiter. Ja, es ist ein reines Fabrik-Level. Leider. Leider ist es ein reines Fabrik-Level. Ja, das hätte ich mir ja persönlich anders gewünscht. Ist okay, ist okay. So, dann hier durch. Hoch da. Bisschen, bisschen tricksen, ne? Bisschen flexen. Und jetzt sind wir wieder 2... Es ist auch sehr viel 2D. Es ist auch wirklich verdammt viel 2D, dieses Level. Was sich auch schadet. Ne, ne, muss ich jetzt einfach sagen, dass... Also, dass das Level ist es jetzt einfach nicht so für mich. Ne? Das Level ist es jetzt einfach nicht so für mich. Dafür war das davor umso krasser. Wie gesagt, das davor, da würde ich ja echt sagen, war vielleicht für mich Geistes-Level des gesamten Spiels. Für 2D-Sonic sowie für 3D-Sonic. Also, mir hat beides sehr gut gefallen. Ne? Und dann kommt halt Plankwisp. Warte mal, da unten ist eine Aufladung. Nehme ich mir mal mit. Ne? Wenn ich die hier schon kriege, kann doch nicht schaden, die mal dabei zu haben, oder? Warte mal, ich muss hier hoch. Warte mal, wenn ich das jetzt hier zünde... Das hat mir nichts gebracht. Okay. Alles klar. So, hier durch. Ja. Oh, okay. Auf die muss ich drauf. Da ist ein Raketenkollege. Man ist ja so ein bisschen stuck. Ja, man bleibt einfach auf diesen Dingern. So. Dann zünden wir mal. Oh, wow. Ich bin so zwei Pixel neben der roten Münze gewesen. So. Da hätte man aber auch irgendwie... Da hätte man aber auch irgendwie so regeln können, dass man die rote Münze hier einfach auf jeden Fall bekommt. Wenn man sich schon da hochpustet, Mann. Ehrenlos. Ehrenlos. Ich sag's, wie es ist. Sauerei. So. Hoch da. Hä? Es ist halt echt nur 2D, ne? Also Classic Sonic kriegt ja halt ein reines 2D-Level. Im Fabrik-Setting. Leider beides Dinge, die nicht so meins sind. Okay. So. Hoch da. Zack. Und jetzt wieder auf so einen Wagen drauf. Und dann versuchen wir mal hier genau so einen roten Ring zu treffen. Wir steigen jetzt irgendwie so diese Fabrik, ne? Wir klettern da jetzt diese Fabrik Stück für Stück nach oben. So. Und hier müssen wir warten. Hier müssen wir warten. Da oben sehe ich auch schon wieder so einen Raketen-Whisp. So. Zündung! Die bringen jetzt halt auch nicht so viel Mehrwert, muss man zugeben, ne? Die machen jetzt spielerisch irgendwie nicht so viel, die Kollegen. Sehr geil. Hier brauche ich, glaube ich, nochmal so einen Raketen-Pro. Ich frage sich nur, wo kriege ich denn her? Aha. Okay. Hier nehmen wir uns von hier drüben mit. Und dann... Ah! Und ich muss hier schnell genug sein. Damit ich das hier überlebe. Okay. So, einmal hier rüber boosten, ne? Dann kriegen wir den hier schon. Und dann schätze ich einfach wahrscheinlich wieder nach oben feuern, ne? Yes! Und wir kämpfen jetzt hier Stück für Stück nach oben. Was baut Eggman hier eigentlich? Wobei es hat wahrscheinlich storytechnisch nicht so viel Ausdrückung, weil wir reisen ja in der Zeit. Das sind ja alles nur Ausschnitte. Aus vergangenen Spielen. Let's go! Ja, nettes Level, aber fast nur 2D. Und irgendwie verschenkt das Potenzial mit dem Planeten. Und da... Äh, weiß nicht. Ne, Planet Wisp, du warst es einfach nicht. So, das ist... Manchmal connectet man. Und manchmal connectet man nicht. Und Planet Wisp, wir haben einfach nicht connectet. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Okay. Okay. Hä? Hä? Was? Geschnappt hatte. Aber jetzt bin ich wieder frei. 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 Schrei mir halt der Maul, bitte. Okay, jetzt. Komm wieder runter, Kumpel. Oh, hey. Komm schon, Sonic. Bringen wir die Party in Schwung. Okay. Warte mal, hab ich gerade einfach ein Chaos Emerald geschenkt bekommen? Einfach so? Hier. Das meine ich. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass Sonic manchmal immer so skurrilen Shit macht. Also, vielleicht passiert noch was mit dem. Dann bin ich ruhig. Aber, aber... Ich meine, jeden Chaos Emerald mussten wir uns verdienen. Und... Der erschien jetzt einfach. So, du hast den jetzt. So, hier, nimm ihn. Wahrscheinlich einfach nur, weil sie drei Bosse und drei Minibosse machen wollten, oder? Und, und, und... Aber es ist halt sieben Emeralds gibt. Und deswegen mussten sie einen jetzt... Ne, also... Ich hoffe, mit dem passiert noch was. Ich hoffe, mit dem passiert... Das ist genau wie dieses... Das, was Vector gesagt hat. Jemand muss das viel kontrollieren. Ja, warum? Warum ist das so? Und auch jetzt. Hier ist ein Chaos Emerald. Ja, warum ist der da? Warum kriege ich den geschenkt? Warum muss ich mir den nicht erschienen? Was ist hier los? Äh, ey. Also manchmal ist Sonic einfach weird, Bro. Okay, beim nächsten Mal gibt's dann die ganzen kleinen Herausforderungslevel. Wir sammeln die drei Boss-Schlüssel. Und dann geht's zum dritten großen Boss. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön noch an den lieben Flo, der hier den Kanal mit der höchsten Kanal-Mitgliedschaftsstufe unterstützt. Riesiges Dankeschön für deinen Support, Mann. Bis zum nächsten Mal.